Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feedbeast Infinity War of Skyblock Expert Mode. Für euch vielleicht ganz kurz zur Info, ich habe hier in diese Pulverizer gerade noch überall Upgrades reingemacht, weil da waren keine drin und die haben so langsam verarbeitet, dass wir hier irgendwie 300.000 Netherrack oder sowas zusammengekriegt haben. Ja, genau, das hat halt überhaupt nicht funktioniert und deshalb haben wir auch immer noch nur 54.000 Liter Quarz, obwohl der nächste Tag ist. Ne, sogar zwei Tage später, meine Güte, aber ich meine nur 54.000. Das mit der Abschaltautomatik, ich weiß, das ist nicht optimal, vor allem weil wir immer zu viel Sand haben werden und dann entsprechend wenig produzieren. Das habt ihr richtig erkannt, das ist richtig, das ist richtig, das ist auch nicht gut. Deshalb werde ich, aber das machen wir jetzt nicht in der Folge, das mache ich vielleicht offscreen mal. Die Maschinen, ich werde hier so Conduits, so Redstone Conduits verlegen und je nachdem, was die Maschine produziert, kriegen sie eine andere Farbe und hier vorne kommen dann die Dinger und dann schalten die individuell nur die Maschinen aus, die das produzieren, was zu viel ist. Aber machen wir nicht jetzt, machen wir irgendwann mal. Gut, soweit, so gut. Dann noch wegen der Hexengeschichte, da habe ich den Tipp gekriegt, einen Hexenspawner reinzumachen. Das Problem an einem Hexenspawner ist, wir haben halt keine Kontrolle mehr drüber, also die Hexen sterben da drin ja nicht. Ich meine, die spawnen ja nur, wenn wir halt da jetzt ewig nicht spielen, aber sie sterben nicht. Und wenn ich da jetzt einen Hexenspawner reinmache, dann habe ich plötzlich so viele Hexen, dass eventuell das Spiel leckt. Ähm, und ich kann das nicht so gut steuern. Ähm, ich könnte natürlich hier einen Hexenspawner mit einem Schalter hinmachen, der dann nur Hexenspawn, wenn ich welche brauche, wenn die gerade mal wieder despawned sind. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne. Das wäre sogar wirklich eine Möglichkeit, dass ich die mit einem Schalter da dran mache. Hm, den Spawner könnte ich eigentlich anstatt dieser Plate da dran machen. Okay, das überlegen wir uns jetzt mal kurz noch. Ähm, denn wir haben, glaube ich, letztes Mal irgendwas nicht fertig gemacht. Genau, da hat irgendwas gefehlt. Was waren das nochmal? Ah ja, das war die, war die Kreide. Das war die Kreide, die ist aus irgendeinem Grund, dass die, äh, hat das mit der Kreide nicht funktioniert. Warum auch immer. Ich habe es leider nicht rausgefunden. Ähm, was ich gerne mal testen möchte, ähm, ist, äh, ob das Ding auch mit Nitor funktioniert. Ähm, ich würde gerne mal Nitor machen. Nitor. Äh, dafür brauchen wir einen Glowstone. Okay, Glowstone. So, ich hätte gerne mal ein Nitor, bitte. Äh, uns fehlen die beiden Aspekte hier im System. Und die kriege ich aus Torches, glaube ich, oder? Äh, Lux. Kriege ich aus Torches. Hm, Torch. Dann machen wir einfach mal ein paar Torches hier rein. Äh, der ist angeschlossen, ne, ja. Zack. Und dann hat da echt noch Dinge fehlt, äh, hier. Haben wir das echt nicht, oder? Doch, wir haben das, ähm, nur das kommt später, okay. So, dann haben wir jetzt einen Nitor. Das ist so geil, ne? Ja, ich finde das immer noch super. Und jetzt schauen wir mal, ob magisches Feuer auch hier funktioniert. Also, ob das nur mit Taumkraft funktioniert, oder ob das wirklich sowas wie Hitze erzeugt. Das, äh, ist nämlich, äh, finde ich, eine spannende Frage. Weil es würde uns eine Menge Arbeit abnehmen, oder eine Menge Ärger mit dem Feuer abnehmen. Weil wir hier halt nicht wirklich Feuer hinmachen können. Aber es sieht nicht danach aus. Es sieht danach aus, als würde er wirklich Feuer haben wollen. Was ich nicht gut finde. Was machen die ganzen Tiere hier eigentlich? Ganz ehrlich, ihr habt hier nichts zu suchen. Ich hab da jetzt auch gar keine Lust, die irgendwo wieder einzufangen. Die haben hier einfach nichts zu suchen. Fertig. Aus. Ich habe gesprochen. Ähm, ja. Mit Nitor, das funktioniert halt gar nicht. Das ist, äh, sehr, sehr, sehr schade. Ähm, dann würde ich den Cauldron vielleicht auch mal woanders hinstellen. Vielleicht auch erstmal hier irgendwie hinstellen. So. Oh, 1500, äh, 1800, nee, da war es nicht cool. Ähm. Quasi, hier ist dann das Feuer, hier ist das Netherrack und hier ist der Cauldron. Äh, wir machen das später sicher noch schöner. Aber erstmal, damit halt hier nicht das Ding hinterabfackelt. Das wäre schon wichtig. Und wir müssen das jetzt wieder mit Wasser auffüllen. Ich glaube, drei Eimer waren es, ne? Hier reingehen. Eins, zwei, zwei, drei. Und mit richtigem Feuer kocht das auch. Okay. Dann schauen wir nochmal, was da, ähm, was da das Problem war. Ritual Chunk, Tear of the Goddess und gibt's und gibt's, uh, haben wir sowas hier. Dann nächstes Diamond Vapor, Out of Purity, also Wood Ash haben wir. Aber Gipsum, wie kommt man mit Gipsum? Indem man Fulfume und Quicklime in Distillery packt, oder? Fulfume haben wir. Und Quicklime haben wir auch. Das können wir also machen. Äh, und wir bräuchten vielleicht auch Clayjars. Clayjars. Da haben wir einen Stack. Das, äh, reicht aus. So, wenn ich das jetzt hier reinpacke, genau, dann arbeitet die Distillery. Da haben wir noch ein Gipsum. Und, dann brauchen wir für die Kreide noch Tear of the Goddess. Und das bekommt man mit Breath of the Goddess und Lapis. Aber wir haben das sonst nicht. Und Breath of the Goddess haben wir auch nicht. Ah. Und das kriegen wir mit Birch Saplings. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, ich sollte hier vielleicht auch mal ein paar reinmachen. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir hier mittlerweile, doch ich glaube, Birch Saplings sind aktuell nicht mehr. 166k. Nee, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr unbedingt ein Problem. Schlafen wir mal eine Runde. 166k Saplings. Wir haben die Saplings überhaupt nicht in der Deep Storage Unit. Würde ich jetzt aber auch nicht machen. Die würde ich tatsächlich eher wegschmeißen, bevor ich da irgendwas in der Deep Storage Unit bei 166k. Ja, wir hatten mal zu wenig davon, wisst ihr noch? Damals? Ich habe kein Mitleid mit euch. Ihr bewegt euch hier auf ganz dünnem Eis, mein Freund, auf ganz dünnem Eis. So, Wood Ash, das ist auch sehr schön und da ist noch ein Breath of the Goddess. Jetzt haben wir hier zweimal Gipsum. Wir müssen eigentlich warten, bis das hier durchgelaufen ist. Wo ist denn das? Habe ich hier nicht irgendwas draufgestellt, damit der schneller hat doch einen, habe ich hier nicht einen Kopf oder sowas drauf gemacht? Wir haben jetzt 1587 mal 2. 1587 mal 2, nee, das muss ein Wither Skeleton Sky glaube ich sein oder ein Candelava oder sowas. Der hier. White Tallow Candle Infused Magic Tallow Also grundsätzlich würde sich das Ding hier schon lohnen, weil der der Candelabra, der würde die die Sache hier schon ordentlich beschleunigen. Wir warten aber das ab, packen dann die rein und dann können wir schauen, ob wir das andere vielleicht schon mal anfangen. So, Slimeball gibt es so im Oil of Tree Oil, das passt. Brides of the Goddess und noch irgendwas, war das mit Lapis, nee, das Endprodukt mit Lapis, oder? Gehen wir nochmal auf Kreide. Breath of the Goddess und Lapis, ach und das ist schon Breath, ah okay, dann brauchen wir nur Lapis. Wie viel haben wir denn? Oh, nur 2,2 Millionen, das ist natürlich nicht so viel, gerade mal genug für das normale bäuerliche Leben oder so. Zack, okay. Ähm, genau, Skipsen brauchen wir noch, ja, Wutash eigentlich auch, habe ich jetzt dummerweise weggelegt, ist egal. Ähm, M, 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 was wollte ich denn gerade machen? Was wollte ich gerade machen? Ah ja, genau, 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 äh, Rotten Flash, einen halben Steck und dann werfen wir den mal hier rein, so, Magic Tello, da verheizen wir halt jetzt ordentlich davon, aber dafür haben wir Magic Tello. So, magisches Wachs müsste das sein, Candle, damit kann man auch den Altar stabilisieren, muss man halt nicht. Und Mana Infused String, okay, das kriegen wir auch locker hin. Da müssen wir gar nicht so viele machen, 16 Stück. Reicht locker. so, und ab da rein, okay, dann gehen wir an dieses schöne, wunderbare Terminal und sagen, zack, und dann nehmen wir uns hier mal ein paar Kerzen raus, dann hätten wir die schon mal, check, und dann ist die Frage, können wir das hier gerade machen, nee, und haben wir noch Blank Slates, Blank, nein, haben wir nicht, haben wir noch, ähm, Arcane Stone, genau, haben wir noch Arcane Stone, nein, haben wir nicht, okay, ähm, das Teil haben wir noch nicht, das heißt, wir müssen es so herstellen, das ist aber in Ordnung, drei, sechs, vielleicht, das sollte eigentlich schon irgendwie hinkommen, das sollte schon gehen mit sechs Stück, oder, ich würde verbrauchen die noch mal, 1000, das wären 6000, 10.000 haben Platz und so ein bisschen was kommt hier noch nach, ein winziges, kleines bisschen, kommt hier noch nach, so, gut, wir haben jetzt leider keine Speedrunen, die das Ganze hier beschleunigen und das ist schlecht, aber mittlerweile müsst ihr auch mit der langsamen Geschwindigkeit das Zeug hier fertig sein, Tier of the Goddess, genau, und für Verfügung, ja, so ein anderer Kram kommt auch noch mit raus, ja, alter Schwede, okay, das heizt gut durch, dann können wir mal, warum haben wir kein Crafting Table, ich verstehe es nicht, egal, Chark, so, dann können wir hier ein bisschen Ritualkreide machen, genau vier Stück, das ist jetzt nicht so viel, und diesmal werfen wir es mal andersrum rein, oder? Gibt es irgendein Rezept für den Ofen, das ich jetzt mal ganz kurz billig reinwerfen kann, um zu checken, wie das wirklich ist, weil die Kreide ist halt schon ein bisschen sehr teuer, Vichery, das Zeug hier muss ich glaube ich im Ofen machen, das hier auch, das heißt, eine Mandrake, Ale of the Hornet und Egg, probieren wir das mal, genau, Exhale of the Hornet one, ja, Mandrake, sind nicht meine Lieblingspflanzen, wer hätte das denn gedacht? Die machen jetzt wieder unschöne Sachen mit uns, aber es hilft ja nichts, zack, zack, wir bauen es direkt mit dem Schwert ab, habe ich sie gekriegt, ja, wäre schön, wenn da Looting funktionieren würde, damit wir mehr Mandraken kriegen, aber gut, oh mein Gott, das ist furchtbar, Egg, okay, also wir haben eine Mandrake, wir haben das, wir haben Ei, so, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Mutandes, also ich mache es jetzt quasi mal andersrum, erst das Ei, dann das Exhale und dann die Mandrakenwurzel, ist das so, dass das so rum da rein muss, ups, eins, vielleicht sollte ich den Magneten nicht anhaben, während ich das mache, ach gucke mal, ich kann das Ei aber gar nicht vorher reinwerfen, ich muss erst wahrscheinlich die Mandrake reinwerfen, ja, dann das Exhale und dann das Ei und dann kommt hier so Magie raus und dann kriege ich meinen Mutandes, hä? da habe ich es genau, da habe ich es doch genau richtig gemacht, hallo? danke, Moment, also ich habe jetzt erst die Mandrake, also ich habe es genau in der Reihenfolge reingemacht, jetzt schauen wir uns nochmal die Ritualkreide an, die, äh, die goldene Kreide und zwar eine Mandrake, ein Goldnugget und eine Ritualkreide, okay, eine Mandrake, eine Ritualkreide und ein Golden Nugget, wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, ne? So, eine Mandrake, jawohl, ein Goldnugget, jawohl, und eine Ritualkreide und wir haben braune Suppe, wieso haben wir braune Suppe? Äh, ich, ich, ich check's halt nicht, Witch's Cauldron, Mandrake, Root, Goldnugget, Ritualkreide, Ritualkreide, ich, ich, ich check's halt echt nicht, aber wir brauchen die, die blöde Ritualkreide, glaube ich, ne, für den, ähm, na, wie heißt er denn nochmal? Für den, äh, Katalyst, genau, für den hier nicht, Golden Char, ich, ich, ich versteh's nicht, ich versteh's wirklich nicht, geht es manchmal schief oder so? Ah, was ist das jetzt? Ah, das ist jetzt irgendeine, irgendein Witch Brew, okay, ähm, kann ich hier ne, Trash, ne Fluid Trash Can, so, einfach, tschüss, ich will halt den, den, den Ding jetzt nicht abbauen, weil ich Angst hab, dass der sonst kaputt geht, warum geht das nicht? Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch weiter, äh, rumprobieren, ich schau mal kurz nach, Moment, so, und da bin ich wieder, ich hab mal nachgeguckt, und das Problem ist, dass wir, was natürlich nirgendwo steht, 3000 Altar Power brauchen, jetzt hab ich den nochmal in die Nähe vom Altar gesetzt, aber hier außenrum so ein bisschen Stein, in der Hoffnung, dass hier das Feuer dann nicht rauskommt, und wir haben nur 1500 Altar Power, das heißt, wir müssen auf jeden Fall diesen Kandelava erstmal bauen, das heißt, das machen wir jetzt auch, äh, wir brauchen Wirf of Magic, Mana Diamant, und Lava Bucket, so, haben wir noch Wirf of Magic hier rumliegen, haben wir tatsächlich, krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ähm, dann ein Mana Diamant, haben wir den vielleicht auch, nein, aber normalen Diamant, nur 366.000, das ist natürlich schon, oh, und, ähm, äh, ein Lava Bucket, Bucket, so, und Lava haben wir ja, hier genug, und da oben auch noch, also Lava geht uns zu schnell nicht aus, so, dann, Lava Bucket, Mana Diamanten, muss ich kurz herstellen, Dankeschön, so, und Wirf of Magic, so, A Tune Stone, check, die sind jetzt alle zu Reinforced Slates geworden, das wollte ich nicht, ich habe sie zu lange drinnen gelassen, okay, dann gucken wir kurz drei von den Dingern zu, dafür haben wir jetzt Reinforced Slates, hey, die habe ich mir schon immer gewünscht, mein ganzes Leben lang, ja, weil es hier nicht eingestellt ist, das ist ein Filter, schon noch, nee, das ist, das ist der Mist, zu wenig, ja, jetzt, jetzt haben wir das Problem, dass wir halt dazu wenig, ah, Moment mal, wir haben ja den Dagger of Sacrifice, dann kann ich halt doch wieder alle reinlegen, ich muss mich halt nur hier herstellen, und ein bisschen, äh, weiß nicht, der Dagger of Sacrifice, ne, das war das, A Tana, um mich selber zu opfern, nein, ach ne, ich muss jetzt einfach nur mit dem, ne, mit dem Blutorb ist auch falsch, ich habe schon alles, Moment, da gab es so ein, so ein Orbus of Sacrifice, ja, genau, ah, ja, und schon haben wir ein paar hundert da drin, zack, zack, jetzt sollte er uns halt möglichst keinen Mob erwischen, das wäre gut, aber die brauchen ja insgesamt jetzt nur 300, von dem her, äh, genau, habe ich mir schon gedacht, dass das kein Problem sein dürfte, so, jetzt haben wir alles, diesen blöden Kerzenleuchtern, wehe, das reicht jetzt nicht, so, 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 und die Candles, zack, wie viel bringt das, sag mir einfach, es bringt vier, Pam, es bringt dreifache Aufladegeschwindigkeit, das ist grundsätzlich eine schöne Sache, aber, die Altarkapazität wird nicht erhöht, und ich kann nicht noch mehr Bäume da hinsetzen, um die zu erhöhen, was erhöht denn die Altarkapazität, boah, ich werde wahnsinnig, mit Vichery werde ich echt wahnsinnig, Vichery, also ich kann mir vorstellen, dass es halt ein Wizard Skeletonskull ist, aber haben wir halt gerade nicht, hier, was ist denn mit so einem Ding, Etune Stone, okay, wir können uns ja noch ein Etune Stone machen, und dann machen wir so ein Ding, einen Wolf of Magic haben wir noch, machen wir das mal kurz, und dann gucken wir, ob uns das weiterhilft, und ich hoffe sehr, so, ein Wolf of Magic, ein Mana Diamant, und ein Eimer, mit dem ich kurz Lava hole, so, einmal dahin, einmal dahin, zack, zack, Etune Stone, Witchery, das Problem ist, dass ich halt, ich habe halt noch nicht, so viel mit Vichery gemacht, ich weiß, es gibt Items, die die Aufladegeschwindigkeit, und welche, die die Kapazität, äh, quasi, ändern, aber, was, was macht, oh, 3.100, eigentlich, optimal, ich wusste das natürlich, naja, ist das ja klar, ich habe euch nur getestet, ist doch logisch, ähm, das war, war das mit, nee, das war nicht mit einem Ei, ne, wie waren das nochmal, Golden, Shark, so, das war ein Gold Nugget, und eine Mandrake, genau, Gold Nugget, und eine Mandrake, welche wir natürlich gerade nicht rumliegen haben, klar, zack, und wenn wir jetzt mit ein bisschen Abstand, dann werden wir vielleicht nicht verzaubert, yes, okay, also wir haben genug Altar Power, wir sollten genug, nah genug am Altar dran sein, das heißt, Mandrake, Gold Nugget, Ritual-Kreide, Ritual-Kreide, es entsteht Magie, gib mir die goldene Kreide, jetzt, oh, es hat sogar besser funktioniert, da sieht, what, Paralyzed 3, warum, weil ich da reingefallen bin, boah, man kann sich überhaupt nicht bewegen, in dem Status, alter, das ist ja richtig mies, boah, das ist ja fiese, okay, bom, jawohl, der Alchemy-Katalyst, und den können wir jetzt, nehmen wir mal den Mana-Pool hier, hier unten reinsetzen, und jetzt können wir hier richtig geilen Scheiß machen, ich zeige euch das mal, in der Theorie, Moment, so, jetzt können wir hier zum Beispiel Rotten Flash nehmen, einen halben Stack, und dann können wir den hier reinwerfen, und wenn wir genug Mana haben, jawohl, haben wir einen halben Stack Leder, ist das cool, oder ist das cool, so, und jetzt kann ich theoretisch, Jailer Safari Net, einen halben Stack von machen, und das ist alles cool, und damit können wir die Hexen vom Despawnen abhalten, was im Grunde einfach nur für uns heißt, dass wir halt dann einfach Ruhe haben, wenn wir die einmal jetzt so ergefangen haben, ich habe hier irgendwo einen Eingang gelassen, wir testen das jetzt mal kurz an einer Hexe, die wird uns jetzt wahrscheinlich genau, zack, zack, jetzt habe ich die eingesammelt, und nochmal geplaced, und jetzt dürfte die rein theoretisch nicht mehr despawnen, und das müssen wir jetzt mit ganz vielen Hexen machen, vielleicht auch vorher alle einfangen, und dann alle da reinlassen, oder irgendwie sowas, müssen wir uns überlegen, denn ihr seht ja, wo das Problem liegt, die vergiften uns, und dann sterben wir, und das ist nicht so cool, aber gut, ich würde sagen, das war es dann soweit für diese Folge, wir haben zumindest unser Ziel erreicht, wir können jetzt Rotten Flesh zu Leder machen, und das ist auf jeden Fall ein tolles Ding, und ich würde sagen, wir könnten in der nächsten Folge, vielleicht auch mal den Taumos der Dekanis erforschen, ich schaue mal, was wir machen, ich schaue mal, was wir machen, vielleicht forsche ich schon ein bisschen vor, und wir machen dann die letzten drei Aspekte oder so rein, einfach nur damit es nicht allzu langweilig wird, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge, Tschüss! Tschüss!